Demonstration des 13er Daoyin Qigong, um den Körper zu regulieren. Den Lehrgang zum Mitmachen findest du im Abspann. Stehen. Die Hände auf das Dantien legen. Die sieben Öffnungen schließen. Dreimal tief ein- und ausatmen. Dreimal öffnen und schließen. 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 Die Hände verschränken. Dreimal öffnen und schließen. Den Himmel tragen. Zu den Händen schauen. Den Oberkörper zur Seite neigen. Nach hinten schauen. Nach hinten neigen. Nach vorne biegen und den Schwanz hochziehen. Nach links. Nach rechts drehen. 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 Die Hände auf das Dantien legen. Dreimal tief ein- und ausatmen. Stehen. Die Hände auf das Dantien legen.